Ihr Lieben, die meisten von euch kennen den Kreuzweg, eine Andachts-, eine Gebetsform, wo Menschen in 14 Stationen betrachten den Weg Jesu von seiner Verurteilung zum Tod bis zur Kreuzigung und dann noch zur Grablege. 14 Stationen, ich lade euch ein, die mit mir zu betrachten und mit mir auch zu beten. 14 Stationen, die kommen in der nächsten Zeit. Wir haben Audios und Videos dazu produziert. Gerade für diese Fastenzeit ist es gut, sich auf diesen Weg Jesu einzulassen, auch um ihm näher zu kommen.